Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute geht es mal wieder was zu gewinnen für euch. Und zwar verlost Sennheiser über Gitarrentunes zwei Funkstrecken, mit denen ihr mit eurem Instrument, Gitarre oder Bass völlig kabellos an euren Verstärker oder an euer Paddleboard kommt. Der erste Platz ist das XS Wireless Digital Paddleboard Set. Das ist einmal der Sender und der Empfänger. Könnt ihr natürlich mit einer Fener Stratocaster verwenden, könnt ihr auch mit jeder anderen Gitarre benutzen. Und in dem Paddleboard ist noch ein kleines Stimmgerät mit integriert. Und für den zweiten Platz gibt es das Garnisse nochmal ein bisschen reduziert, und zwar das Instrument Bass Set. Da ist jetzt in Anführungszeichen nur ein Sender und ein Empfänger mit drin. Die Links zu den beiden Produkten, also einmal ein Link zu Thomann, wo ihr die nochmal auf der Thomann-Seite findet, und natürlich auch die Links zu Sennheiser direkt, habe ich euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wir machen zusätzlich zu diesem Video noch einmal ein Unboxing. Das heißt, ich packe die ganzen Sachen mal aus und zeige euch, wie das aussieht, wie sich das verwenden lässt und so weiter. Und dann noch ein Produkttest, wo wir mal die Funkstrecke im Vergleich zum Kabel checken. Das heißt, wir gucken mal, wo da so die Unterschiede sind, wie sich das benutzen lässt und so weiter. Und das Gewinnspiel startet heute und läuft bis zum 01.12.2019. Das heißt, wenn ihr gewinnt, habt ihr einen richtig fetten ersten Advent, beziehungsweise ein richtig dickes erstes Adventskalender-Türchen. Und zur Teilnahme, also als Teilnahmebedingung, müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben mit drei Hashtags. Und zwar Hashtag Gitarrentunes, Hashtag Sennheiser und Hashtag XS Wireless Digital. Die habe ich euch hier nochmal eingeblendet und ihr findet die auch nochmal in der Videobeschreibung. Und zusätzlich müsst ihr noch etwas Persönliches in den Kommentar schreiben. Und zwar, wie würde so eine Funkstrecke euer Spiel beeinflussen, beziehungsweise euer Setup beeinflussen? Oder wann ist euch euer Kabelsalat mal so richtig auf die Nerven gegangen? Bei mir war es zum Beispiel so, ich laufe immer gerne rum beim Gitarre spielen und habe die Funkstrecke einfach mal angesteckt und dachte mir so, ja komm, was soll schon passieren? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so alle fünf Sekunden mich so unbewusst einmal kurz nach rechts gedreht habe, um mein Kabel zu checken oder immer so Ausfallschritte gemacht habe, damit ich nicht über mein imaginäres Kabel drüber stolper. Und mit Funkstrecke fällt das halt alles weg und man kann sich einfach völlig frei im Raum bewegen, was ich super cool finde. Und genau, schreibt doch einfach mal in den Kommentar, wie die Funkstrecke euch so helfen würde. Und genau, Gewinnspiel startet jetzt. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben. Wenn ihr mehrere Kommentare schreibt, erhöht das eure Gewinnspielchancen nicht, also eure Gewinnschancen nicht. Ich habe ja schon öfter was verlost auf meinem Kanal und bei einem Mal ist es leider so gewesen, dass ich den Gewinner dann nicht erreicht habe, weil der offensichtlich kein Abonnent war. Und dann die Verlosung gar nicht mitbekommen hat. Das heißt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, nicht nur wegen Like and Subscribe, sondern einfach, damit ihr auch mitkriegt, wenn ihr denn eins von den beiden Sets gewonnen habt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich verlinke euch die beiden nächsten Videos, die kommen morgen und übermorgen auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.